Ich rufe Tagesordnungspunkt 12 auf, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN für ein Gesetz zur Neuausrichtung des Verfassungsschutzes in Hessen, Drucksache 19-54-12. Gemeinsam rufen wir das auf mit Tagesordnungspunkt 31 auf, Antrag der Fraktion der FDP betreffend neues Verfassungsschutzgesetz unverzüglich vorlegen, Drucksache 19-4877. Die vereinbarte Redezeit beträgt siebeneinhalb Minuten pro Fraktion. Herr Kollege Bauer für die CDU-Fraktion wird entsprechend einbringen. Bitte schön, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir leben in Zeiten, in denen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung aus vielen Richtungen infrage gestellt wird. Das ist grundsätzlich nichts Neues in unserer Republik. Während des Kalten Krieges haben Kommunisten gegen unseren Staat und seine Verfassung agitiert, lange aber erfolglos. Heute kommen die Angriffe gleich aus mehreren Richtungen, und ihre Qualität ist eine andere geworden. Gingen die Kommunisten noch subversiv vor, so ging die RAF schon zu tödlichen Angriffen auf Repräsentanten unseres Staates über. Rechtsradikale nahmen und nehmen Migranten ins Visier für ihre feigen Angriffe. Für Islamisten sind nun ganz normale Bürgerinnen und Bürger Ziel ihrer Anschläge. Jedermann kann heute Opfer von Feinden unseres Staates werden. Unsere Gesellschaft, unserer Art zu leben, ist in Gefahr. Das ist eine neue Qualität, meine Damen und Herren. Dagegen müssen wir uns wappnen und vorgehen. Bürgerinnen und Bürger sind dementsprechend verunsichert. Die jährliche Erhebung der R- und V-Versicherung über die größten Ängste der Deutschen lässt das ablesen. Die zwei größten Sorgen der Bürgerinnen und Bürger sind mit 71 % Terrorismus und mit 62 % politischer Extremismus. Beide sind genau die Probleme, für die wir unseren Verfassungsschutz haben und für das wir dieses Amt brauchen. Dessen Arbeit zu stärken, ist das Gebot der Stunde. Unsere Nachrichtendienste haben dazu beigetragen, dass zahlreiche islamistische Anschläge in den letzten Jahren verhindert werden konnten. Im März 2016 veröffentlichte das BKA eine Liste mit bis dahin elf vereitelten Anschlägen. Gerade heute haben wir den Nachrichten entnehmen können, dass rund 500 Polizeibeamte in Kassel und drei anderen Städten Durchsuchungen vorgenommen haben und sechs verdächtige Syrer festgenommen haben, die einen Anschlag auf die Essener Weihnachtsmarkt vorbereitet haben sollen. Meine Damen und Herren, diese Erfolge unserer Sicherheitsbehörden fallen nicht vom Himmel. Sie sind das Ergebnis intensiver Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, deren ich meinen Dank aussprechen möchte. Sie sind aber auch Ergebnis einer bedarfsgerechten politischen Weichenstellung der Hessischen Landesregierung und der sie tragenden Fraktion. Ja, wir machen Hessen sicherer, und wir geben die richtigen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen. Materiell hat die Hessische Landesregierung das Amt bereits deutlich gestärkt. Der Verfassungsschutz hatte jetzt im Haushalt dieses Jahres 30 % mehr Personal, und im Doppelhaushalt 2018 und 2019 werden rund 370 Planstellen vorgesehen sein, im Vergleich zum Jahr 2000 eine Verdoppelung an Personalressourcen. Es gilt, wir investieren in mehr Sicherheit und stärken das Amt mit mehr Personal. Zweitens. Organisatorisch. Das LfV hat die Notwendigkeit von Reformen bereits schon vor Bekanntwerden der sogenannten NSU-Morde erkannt. Mit der Aufarbeitung wurde bereits begonnen. Es gibt ein Beispiel, z. B. die Gründung des Kompetenzzentrums COREX innerhalb des LfV im Jahr 2008. Im Dezember 2012 wurde die Projektgruppe Neuausrichtung des Verfassungsschutzes ins Leben gerufen. Sie hatte den Auftrag, Struktur und Arbeitsweise zu untersuchen, Optimierungsvorschläge zu erarbeiten, die letztendlich auch umgesetzt worden sind. Ich fasse zusammen. Das Amt sorgt für mehr Sicherheit. Es hat sich reformiert und organisatorisch neu aufgestellt. Drittens. Rechtlich. Das heute von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN heute eingebrachte Gesetz zur Neuausrichtung des Amtes und auch die Erweiterung der Befugnisse ist ein wichtiger Schritt für mehr Sicherheit. Denn auch hier stärken wir das Amt und schaffen mehr Sicherheit durch klare neue Kompetenzen, aber auch durch das Setzen von entsprechenden Grenzen. Konkret soll das LfV zur sogenannten Quellen- und Telekommunikationsüberwachung und zur Online-Durchsuchung ermächtigt werden. Das ist nicht unumstritten und stellt uns vor einen Interessenkonflikt. Auf der einen Seite benötigen unsere Sicherheitsorgane diese technischen Möglichkeiten, um uns alle wirksam vor Terror zu schützen. Auf der anderen Seite haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf Privatsphäre, und dazu zählt auch eine sichere und vertrauliche Kommunikation. Gerade deshalb haben wir hohe Hürden im Gesetz hinterlegt, die es deutlich machen, dass das keine Bagatelle ist. Wir nehmen das schon sehr, sehr ernst. Der umfangreiche Zugriff auf Endgeräte durch Hacking ist laut Verfassungsgericht nur dann erlaubt, wenn überragend wichtige Rechtsgrüter in konkreter Gefahr sind. Eine verdeckte Überwachung soll nach dem vorliegenden Gesetzentwurf daher nur bei vorliegenden tatsächlichen Anhaltspunkten einer bereits konkreten Gefahr möglich sein und auch dann erst nach einer richterlichen Anordnung. Meine Damen und Herren, die gewonnenen Daten bedürfen, bevor sie verwertet werden, eines weiteren richterlichen Beschlusses. Dieser sogenannte doppelte Richtervorbehalt macht klar, dass es nicht um Überwachung unbescholtener Bürger, sondern um die Überwachung hochgefährlicher Krimineller und Terroristen geht. Wir brauchen dieses Instrument, und wir fordern es auch nachdrücklich ein. Da wir es bei der Arbeit des Amtes mit Eingriffen in Grundrechte zu tun haben, ist im Gesetzentwurf auch eine verstärkte parlamentarische Kontrolle vorgesehen. Die Anzahl der Mitglieder und die Zusammensetzung der Parlamentarischen Kontrollkommission soll künftig vom Landesamt bestimmt werden. Jedes Mitglied der PKV soll zudem ein Akteneinsichtsrecht besitzen. Die Berichtspflichten der Landesregierung sollen erweitert werden und etwa auch die genannte Onlinedurchsuchung und den Einsatz verdeckter Mitarbeiter umfassen. Ebenso ist eine Pflicht zur Berichterstattung über die Kontrolltätigkeit der PKV dem Landtag gegenüber vorgesehen. Das alles sind neue und wichtige Schritte für eine Mehr an Kontrolle, und das ist gut so, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der SPD Neben den technischen Überwachungsmitteln wird auch die Arbeit der verdeckten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie der Vertrauensleute im vorliegenden Gesetzentwurf neu geregelt. Des Weiteren wird auch der Informationsaustausch zwischen den einzelnen Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern durch eine Überarbeitung der entsprechenden Übermittlungsvorschriften neu geregelt. Meine Damen und Herren, der Verfassungsschutz ist ein wichtiger Baustein der vernetzten Sicherheitsarchitektur in Hessen. Seine Bedeutung für den Schutz unserer Verfassung und für unsere Bürgerinnen und Bürger sollte eigentlich unumstritten sein. In Zeiten extremer sicherheitspolitischer Herausforderungen sollten wir auch alle an eine Stärkung des Verfassungsschutzes denken und dessen Notwendigkeit auch bejahen. Der hier vorliegende Gesetzentwurf hat gedauert. Das gebe ich gerne zu. Aber er ist in der Zeit auch gereift und besser geworden. Er ist eine grundlegende Revision und Neustrukturierung. Er ist bedingt auch durch die fortschreibende Rechtsprechung ein neuer, zeitgemäßer gesetzlicher Rahmen. Ich würde mich daher freuen, wenn wir darüber im weiteren Verfahren intensiv und hoffentlich auch konstruktiv miteinander darüber diskutieren. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die weiteren Beratungen. Nächste Wortmeldung, Herr Abg. Kreilich für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist schön, dass wir endlich einmal über das Verfassungsschutzgesetz diskutieren können, nachdem es doch eine lange Vorgeschichte gibt. Ich will einmal kurz in Erinnerung rufen. Wir hatten einen NSU-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Wir hatten dort zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung der Situation des Verfassungsschutzes. Im Juli 2014 hat diese Landesregierung die richtige Entscheidung getroffen, eine unabhängige Expertenkommission einzusetzen, um dies auszuwerten und um Empfehlungen zu erarbeiten. Wir haben allerdings nicht verstanden. Das ist jetzt über drei Jahre her, dass man dann gemeint hat, im Herbst 2014 dieser Expertenkommission erst einmal etwas um die Ohren hauen zu müssen und einen unausgereiften Gesetzentwurf vorzulegen. Das war eine Brüskierung der Expertenkommission, der man umso mehr danken muss, dass sie trotzdem anschließend sehr engagiert und gründlich gearbeitet hat. Deswegen bedanke ich mich ausdrücklich sowohl bei dem Leiter der Kommission, Herrn Prof. Jentsch, wie auch bei den weiteren Mitgliedern, Herrn Staatssekretär a.D. Dr. Christeleit, Herrn Wieland und Frau Prof. Däubler-Kmelin, die hervorragend gearbeitet haben und ihren Abschlussbericht dann im September 2015 vorgelegt haben, obwohl diese Koalition, nachdem die Regierung die Kommission eingesetzt hat, ihr erst einmal ein paar Watschen verteilt hat. Meine Damen und Herren, es hat dann wieder ein Jahr gedauert, nämlich bis zum 1. September 2016, bis die Kommission ihren Abschlussbericht auch im Innenausschuss vorstellen konnte. Da gab es dann noch einmal richtig auf die Ohren für die Koalition. Ich darf einmal aus dem Protokoll der öffentlichen Sitzung des Ausschusses zitieren. Dieses neue Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz heißt es dort, kann nach unserer Überzeugung nicht ergehen. In der vorgelegten Fassung ist es auch nicht geeignet, die einvernehmlichen Empfehlungen umzusetzen. Diese sind darauf gerichtet, auf dem Gebiet des Verfassungsschutzes ein größeres Maß an Gemeinsamkeit in Deutschland herzustellen. Immerhin, und schon dagegen verstößt der Entwurf, ist die Zuständigkeit für den Verfassungsschutz, die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzämter nicht Angelegenheit der einzelnen Länder, sondern ausschließlich Bundeszuständigkeit. Das war die erste Lektion, die Sie gehört haben. Ich hatte dann die Hoffnung, Sie hätten etwas daraus gelernt. Denn am gleichen Tag, am 1. September 2016, hat sowohl Herr Kollege Bellino wie auch der Innenminister erklärt, noch im Jahr 2016, also innerhalb von vier Monaten, legen wir einen Entwurf für ein Verfassungsschutzgesetz, hoffentlich für ein verfassungskonformes, vor. Wir haben dann gemerkt, was passiert ist. 14 Monate sind ins Land gegangen, bis wir jetzt endlich einmal einen solchen Gesetzentwurf auf dem Tisch haben, nicht von der Landesregierung, sondern von der Koalition. Warum hat es denn die Verzögerung gegeben? Warum hat es denn die Verzögerung gegeben? Weil Sie sich nicht einigen konnten. Das pfeifen doch die Spatzen von den Dächern. Ich kann es auch verstehen, wenn ich mir dieses Machwerk ansehe, das Sie jetzt vorgelegt haben. Ich habe einen ganz klaren Eindruck. Der hat sich am letzten Wochenende bestätigt. Hier haben die Bestimmer der CDU versucht, zu diktieren, die Expertenkommission missachtet, indem man maximale Eingriffsbefugnisse einerseits festschreibt und andererseits eine rudimentäre Verbesserung bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes. Es fängt schon an bei der Frage der Vereinheitlichung der Regelung, ein zentrales Anliegen der Expertenkommission. Nichts dergleichen haben Sie gemacht. Schon in der Präambel missachten Sie den klaren Hinweis der Expertenkommission auf die Tatsache, dass die Definition des Verfassungsschutzes eine Frage der Bundeszuständigkeit ist, wo das Land nichts zu vorwerken hat, nichts zu melden hat. Hier gelten die bundesrechtlichen Vorgaben. Was machen Sie? Sie meinen wieder schon in der Präambel, eine andere Definition aufzunehmen zu müssen. Die Expertenkommission hat sehr klar hierzu geäußert, dass es Bedenken an der Verfassungsmäßigkeit dieser Norm gibt. Genauso die Frage der organisierten Kriminalität. Die Definition dessen, was zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehört, ist nicht Sache des Hessischen Landtags, sondern Sache des Bundes. Trotzdem weichen Sie wieder von der Bundesregelung ab. Genauso ist es bei den Regelungen zu verdeckten Mitarbeitern usw. genau das Ziel, zu einer Vereinheitlichung zu kommen, um eine bessere Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden zu gewährleisten. Das hat Ihnen die Expertenkommission vorgeschlagen. Sie gehen einfach darüber weg, weil Sie alles besser wissen. Ich sage einen weiteren Punkt dazu, auch wenn der Minister meint, die Expertenkommission hätte das wieder besseres Wissen dargelegt. Ich meine das nicht. Ich glaube insbesondere an die Kompetenz von Herrn Prof. Jentsch und stütze mich deswegen weiter auf diese Erkenntnisse und diese Empfehlungen. Wenn es um die Eingriffe geht, dann sind wir beim Thema Quellen, TKÖ, Telekommunikationsüberwachung. Da habe ich kein Problem damit. Hier geht es darum, die technische Entwicklung von Internettelefonie gegenüber den Regelungen der Überwachung herkömmlicher Telefonie gleichzustellen. Das ist an strenge Regeln geknüpft gewesen. Das soll jetzt auch für diese technischen Neuerungen kommen. Aber das ist natürlich ganz nah dran an einem anderen Thema, nämlich an dem Thema der Online-Durchsuchung. Das ist ein anderes Kaliber. Technisch ist das ganz ähnlich. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir im Gesetzgebungsprozess die entsprechenden Regelungen so treffen, dass der innerste Bereich privater Lebensführung eben nicht tangiert wird. Darüber setzen Sie sich hinweg. Sie wollen in den Bereich des elektronischen Gedächtnisses, des elektronischen Tagebuches eindringen. Ich bin gespannt, wie das so kommt. Ich halte das für unmöglich, wenn ich Ihnen das hier sagen darf. Ich wundere mich, dass ausgerechnet die GRÜNEN dabei sind, Online-Durchsuchungen in Hessen zu ermöglichen. Oder sind Sie doch nicht dabei? Das ist jetzt die einzig spannende Frage, die bleibt. Ihre Landesmitgliederversammlung hat die Fraktion zur Ordnung gerufen. Ich kann für die Kollegen von der Union, die Bestimmer, nur die Lehre daraus ziehen. Wenn Sie es übertreiben, geht es schief. Das haben Sie in Berlin am Wochenende erlebt, und das erleben Sie jetzt hier. So ist das. Wenn man bestimmen will und sich nicht auf vernünftige, offene Verhandlungen einlässt, dann geht es schief. Das ist eben etwas, das wir die Union lernen müssen, wenn sie auf Dauer noch die Möglichkeit zum Regieren haben wollen. Meine Zeit wird knapp. Wir haben noch ausreichend Zeit, das alles in Ruhe zu erörtern. Deswegen stelle ich nur fest, die vollmundig angekündigten Verbesserungen bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes sucht man ebenfalls vergeblich. Sie wollen dem Landtag die Möglichkeit geben, von Fall zu Fall zu beschließen, wie Sie weitere Teile der Opposition aus der Parlamentarischen Kontrollkommission herauslassen, entgegen der Empfehlung der Expertenkommission. Sie wollen keine Unterstützung des Parlamentarischen Kontrollgremiums durch Mitarbeiter, wie es die Expertenkommission empfohlen hat. Sie wollen keine Unterstützung durch Mitarbeiter für die Mitglieder der Expertenkommission. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sind Sie völlig zu kurz gesprungen. Da ist keine Verbesserung, wie Sie Herr Kollege Bauer genannt hat. Ich sage abschließend eines. Unser Antrag ist noch im Geschäftsgang. Die Ziffer 3 hat sich erledigt. Die Ziffer 1 und die Ziffer 2 sind nach wie vor absolut aktuell. Sie haben versagt. Sie können es anscheinend einfach nicht. Das Wort hat Frau Abg. Faeser für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Kollege Greilich hat schon ausführlich dazu berichtet, wie der Gang dieses Gesetzes war. Es ist, glaube ich, schon sehr außergewöhnlich, dass wir bereits 2014 einen Gesetzentwurf in der Presse hatten, der jetzt erst den Landtag erreicht, und zwar in völlig neuer Fassung. Ich glaube, so etwas gibt es sonst im Gesetzgebungsverfahren nicht. Es ist schon einzigartig. Aber ich will daran erinnern, dass hinter diesem Gesetzentwurf etwas Tiefgreifenderes steht. Das ist mir bislang in der Debatte zu kurz gekommen. Wir reden nämlich deshalb über ein neues Verfassungsschutzgesetz, weil wir 2011 feststellen mussten, dass über zehn Jahre lang eine rechtsterroristische Bande durch Deutschland gezogen ist und Menschen brutal umgebracht hat und wir aus dem Behördenversagen dieser Zeit die notwendigen Konsequenzen ziehen wollen. Deshalb stehen wir heute hier in einem neuen Gesetz. Da muss man leider sagen, hat diese Landesregierung bzw. Schwarz-Grün entgegen ihrer Ankündigung, dass wir etwas Gemeinsames machen wollen, ihr Versprechen nicht eingehalten. Ich muss sagen, dass wir angesichts der traurigen Vorgeschichte eigentlich gemeinsam aus dem Versagen der Behörden die Konsequenz ziehen wollten, hier gemeinsam einen Gesetzentwurf auf den Weg zu bringen. Ich glaube, dass das auch angemessen gewesen wäre. Aber das zeigt und ist wieder einmal typisch für den fehlenden Willen der überparteilichen Aufarbeitung und der fehlenden Einsicht, dass auch in Hessen sehr viel schiefgelaufen ist. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und der CDU der CDU – das hat der Kollege Greilich gesagt, das hat die Expertenkommission sehr eindrucksvoll gesagt – nicht gelungen im vorliegenden Gesetz. Zum Zweiten ist der Punkt, dass der Verfassungsschutz stärker kontrolliert und reglementiert werden soll. Die zweite Erkenntnis wurde nämlich auch nicht umgesetzt. Der Kollege Bauer hat es schön zusammengefasst, was der Geist des Gesetzes ist. Ich zitiere den Kollegen Bauer aus der eben gehaltenen Debatte. Er hat gesagt, wir stärken den Verfassungsschutz und geben ihm neue Kompetenzen. Das ist genau der falsche Weg, um an ein solches neues Verfassungsschutzgesetz heranzugehen. Ich will zu den einzelnen Regelungen schon etwas sagen. Es ist gut, dass es ein eigenes Gesetz für die Stärkung der parlamentarischen Kontrolle geben soll. Es wird also ein eigenes Gesetz zur parlamentarischen Kontrolle vorgelegt. Aber eine Stärkung findet leider nicht statt. Ich muss sagen, angesichts der Ereignisse unseres schlimmen Mordes an Halit Yozgat in Kassel und der damaligen, wie wir inzwischen aus dem NSU-Untersuchungsausschuss wissen, bewussten Nichtinformationen der parlamentarischen Kontrollkommission damals, finden wir das mehr als unangemessen. Alle anderen Bundesländer, auf das komme ich noch einmal zurück, und auf den Bund haben das Gegenteil gemacht. Sie haben die parlamentarische Kontrolle substanziell verstärkt. Nur Sie machen das nicht. Ich will kurz darauf eingehen. Der Kollege Greilich hat es schon gesagt. Sie machen es weder bei der Besetzung des Gremiums, da kommt es nämlich immer auf die jeweilige Landtagsmehrheit an, es werden überhaupt keine Minderheitenrechte verankert. Nach wie vor ist dieses Gesetz, das Sie hier vorlegen, durch Misstrauen gegenüber Parlamentariern geprägt. Während andere Gesetze wie das Kontrollgremium des Bundes erst einmal die Rechte des Kontrollgremiums darlegt, wird im hessischen Parlamentariern sofort in § 2 erläutert, dass Sie geheim zu Tagen haben, Mobiltelefone verboten sind, dass das eigentlich sowieso selbstverständlich ist, und dass nach wie vor handschriftliche Notizen nicht verwendet werden dürfen. Meine Damen und Herren, die Stärkung von parlamentarischen Kontrollrechten und die Überwachung von Abgeordneten waren nicht das Problem bei der NSU. Es fehlen die Rechte bei der Unterrichtung des parlamentarischen Kontrollgremiums. Wann berichtet werden soll, ist es immer noch so, dass die Landesregierung Art und Umfang entscheiden soll. Das ist die grundsätzlich falsche Herangehensweise, und konterkariert alle anderen Gesetzentwürfe, alle anderen Bundesländer und des Bundes. Herr Kollege Frömmrich, zu Ihnen komme ich gleich noch. Auch die Mitarbeiter. Da sagt der Kollege Bauer, Mitarbeiter dürfen mitgenommen werden. Wann dürfen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kontrollgremiums mitgenommen werden? Wenn zwei Drittel des Kontrollgremiums das entscheiden. Meine Damen und Herren, das sind doch keine Minderheitenrechte, das sind Rechte einer Regierung. Das Gleiche gilt beim Sachverständigen. Was führt denn bei Ihnen eigentlich dazu, eine Regelung einzuführen? Entgegen aller anderen Regelungen. Ich sage es noch einmal. Alle anderen Bundesländer haben verstärkt. Der Bund hat verstärkt durch Sachverständige, durch Mitarbeiter. Sie hier regeln eine Zweidrittelmehrheit, ob das zugelassen wird oder nicht. Meine Damen und Herren, das fällt ein bisschen zurück. in die alten Zeiten des schwarzen Sheriffs, in Anführungszeichen, von einem Innenminister, Volker Bouffier. Aber zu Schwarz-Grün passt das mit Sicherheit nicht und schon gar nicht zu den GRÜNEN, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD 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 Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wovor Sie Angst haben. Wir werden die Konsequenz daraus ziehen, dass Sie die Minderheitenrechte nicht regeln. Offensichtlich ist dann eine Regelung in der Hessischen Verfassung doch mehr als nötig, wenn Sie es nicht schaffen, in einfach gesetzlichen Regelungen das umzusetzen. Meine Damen und Herren, was mich sehr überrascht, das sage ich schon in Richtung der GRÜNEN, dass Sie sich nahezu vollständig am bayerischen Verfassungsschutzgesetz orientieren. Die Regelung zur Online-Durchsuchung in § 8 ist wirklich der Gipfel. Meine Damen und Herren, das sage ich auch in Richtung der CDU, weil es das auch kaum in anderen Bundesländern gibt, weil wir nämlich hier vom Verfassungsschutz reden. Das heißt, wir reden hier von einem Grundrechtseingriff, der in einem Verfassungsschutzgesetz geregelt wird. Noch einmal zur verfassungsrechtlichen Einordnung, meine Damen und Herren. Der Verfassungsschutz beobachtet Bedrohungslagen. Ein solch schwerwiegender Eingriff in das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme erfordert das Vorliegen einer konkreten Gefahr. Dann sind wir schon bei der Polizei. Dort sind diese Eingriffsrechte deutlich besser angemessen geregelt. Dort sollen sie auch stattfinden, aber doch nicht im präventiven Bereich beim Verfassungsschutz. Das ist völlig unangemessen. Ich sage es am Schluss noch einmal zur Einordnung, auch in Richtung der GRÜNEN. Sie haben bei Ihrer Landesmitgliederversammlung etwas anderes dazu gesagt bekommen wie ich. Wir finden völlig zu Recht, es ist das schärfste Eingriffsrecht in Bürgerrechte, ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Es ist das schärfste Eingriffsrecht in Bürgerrechte in der gesamten Bundesrepublik, ebenso wie Bayern. Etwas Weitergehendes gibt es nicht. Und das in dem Bundesland, in dem der Datenschutz als erstes hier in einem freiheitlichen Bürgerrechtsstaat geregelt wurde. Meine Damen und Herren, aber offensichtlich muss man diese Landesregierung dafür ablösen, damit wir an alte Zeiten wieder anknüpfen können. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Beifall bei der FDP und der LINKEN Meine Damen und Herren, der LINKEN ist ja auch nicht zufrieden. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der LINKEN Das Wort hat der Abg. Fremdich für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist ein Feuerwerk, das von der Kollegin Faeser abgefeuert worden ist. Beifall bei der LINKEN und der LINKEN Sie sollten sich vielleicht einmal mit der Faktenlage dieses Gesetzentwurfs beschäftigen. Da kommen wir durchaus zu anderen Erkenntnissen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass sich ausgerechnet die Partei der Freiheit darüber beschwert, dass man sich als Koalitionsfraktionen viel Zeit mit der inhaltlichen Debatte über ein solches Gesetz nimmt, weil es um tiefe Grundrechtseingriffe geht, über die man hier spricht. Da verstehe ich eine FDP nicht, dass sie ausgerechnet sich darüber beschwert, dass man sich inhaltlich sehr intensiv mit einem solchen Thema beschäftigt, meine Damen und Herren. Wir haben hier im Hessischen Landtag, das gibt es in keinem anderen Bundesland, eine Expertenkommission eingerichtet, die sich mit den Erkenntnissen aus den schrecklichen Morden des NSU beschäftigt hat. Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestags hat 47 Handlungsempfehlungen gegeben, bei denen er gesagt hat, an diesen Handlungsempfehlungen sollen sich sozusagen die Regierung und die Verfassungsschutzbehörden abarbeiten. Wir sollen schauen, welche Handlungsempfehlungen davon umgesetzt worden sind. Auf 250 Seiten hat die Expertenkommission diese Handlungsempfehlungen und die Umsetzung dieser Handlungsempfehlungen in Hessen untersucht. Das hat uns dabei sehr gute Noten gegeben. Viele Dinge sind auf dem Weg, viele Dinge sind implementiert worden. Ich sage hier nur einmal die Frage eines gemeinsamen Ausbildungszentrums mit dem Bund, die Frage, wie geht die Justiz, wie geht die Polizei, wie gehen die Ermittlungsbehörden mit solchen Fällen um? Da ist sehr intensiv daran gearbeitet worden. Es gibt in keinem Bundesland eine derartige Evaluierung der Umsetzung der Handlungsempfehlungen des Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestags. Das gibt es nirgendwo. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Wir hatten damit zu tun, dass wir auf der einen Seite die Handlungsempfehlungen hatten. Wir hatten einen eigenen Gesetzentwurf eingebracht. Wir haben darum gebeten, die Expertenkommission auch über diesen Gesetzentwurf zu schauen. Wir hatten in der Zwischenzeit – das gab es vorher nicht – ein Gesetz des Bundes vorgelegt bekommen. Das gab es zu der Zeit nicht, als wir das Verfassungsschutzgesetz gemeinsam vorgelegt haben. Wir hatten ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Themenkomplex und die Umsetzung insbesondere des BKA-Gesetzes. Frau Kollegin Faeser, da wundert mich schon wirklich, dass Sie ausgerechnet die Frage der Onlinedurchsuchung und der Quellen-TKÜ ansprechen. Das hat Ihre Bundesregierung, Ihr Bundesjustizminister vorgelegt. Das Bundesverfassungsgericht hat das erst einmal kassiert. Sie sollten hier vielleicht kleinere Brötchen backen, wenn Sie in Richtung dieser Regierungskoalition arbeiten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Das haben wir versucht, zusammenzubekommen und haben versucht, einen Gesetzentwurf zu erarbeiten, der diesen Ansprüchen, auch was die Transparenz und die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden angeht, dem gerecht wird. Ich glaube, wir haben unter dem Strich einen Gesetzentwurf vorgelegt, der an vielen Punkten eine Verbesserung dessen ist, was wir bisher als Gesetz in Hessen haben, und der viele Punkte aufgreift, die die Expertenkommission und der Deutsche Bundestag seinerzeit festgelegt haben, in seinen Handlungsempfehlungen. Wir orientieren uns, wie gesagt, an diesen Handlungsempfehlungen. Die Mentalität dieses Verfassungsschutzes ist eine andere geworden. Herr Kollege Greilich hat es zwar kritisiert, aber wenn Sie sich z.B. die Präambel dieses Gesetzes anschauen, sehen Sie, dass diese Mentalität des Verfassungsschutzes also nichts herauszugeben, also nicht zusammenzuarbeiten, also möglichst im Verdeckten zu bergen. Wenn Sie sich das einmal durchlesen, dann hat das eine andere Philosophie. In der Präambel steht der Schutz der Grundordnung, Dienstleister der Demokratie, analytische Kompetenz vorzugehalten, den öffentlichen Diskurs zu führen. Das sind doch Dinge, die es vorher nicht gegeben hat, insbesondere die analytische Kompetenz. Das haben wir bei der Aufarbeitung des NSU-Untersuchungsausschusses doch beklagt. Viele Dinge haben aber vorgelegt, dass sie nicht zusammengeführt worden sind. Das wollen wir stärken. Das ist eine der Philosophien dieses Gesetzes. Wir haben gesagt, wir wollen die Zusammenarbeit mit dem Bund verbessern. Wir wollen die nachrichtendienstlichen Mittel hohe Hürden einsetzen. Hohe Hürden, Richtervorbehalte, doppelter Richtervorbehalt, Genehmigung durch die G-10-Kommission. Wir haben bei den verdeckten Mitarbeitern Dinge gemacht und gesagt, dass sie nicht von Geld und von Sachaufwendungen abhängig sein dürfen. Wir haben die parlamentarische Kontrolle deutlich verbessert. Das will ich hier ausdrücklich einmal sagen. Wir haben in der Opposition gemeinsam immer gefordert, dass wir gerne ein solches Gesetz hätten wie im Bund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben es mit Sicherheitsgesetzen wie dem Verfassungsgesetz mit schwierigen Grundrechtseingriffen zu tun, über diese, die es durchaus unterschiedliche Auffassungen gibt. Am Wochenende haben wir auf unserem Parteitag in Hanau in einer, wie ich finde, guten und fundierten Debatte unterschiedliche Bewertungen. Es gab am Ende unterschiedliche Bewertungen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Das tun wir, meine Damen und Herren. Sie brauchen uns über unsere Parteitage nicht aufzuklären. Das tun wir schon selbst. Da waren wir nämlich anwesend. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zuruf des Abg. Janine Wissler Wir haben uns bei der Erarbeitung dieses Gesetzes sehr intensiv mit der Frage der Online-Durchsuchung und der Quellenticker beschäftigt. Wir haben diese Eingriffe mit höheren Hürden versehen, weil es schwerwiegende Grundrechtseingriffe sind. Wir haben einen doppelten Richtervorbehalt bei der Online-Durchsuchung vorgesiegt, erst bei der Genehmigung, dann bei der Verwertung. Wir haben bei der TKÜ die G-10-Kommission, die zustimmen muss. Wir haben strenge Protokollierungsvorschriften festgeschrieben, um nachher die rechtsstaatliche Überprüfung zu ermöglichen. Hohe Hürden – damit sind wir deutlich über den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts hinausgegangen – gleichwohl gibt es Bürgerinnen und Bürger, die derartige Maßnahmen ablehnen und gegenüberstehen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Im Kern ging es bei der Diskussion bei uns beim Parteitag nicht grundsätzlich um die Ablehnung von Maßnahmen der Sicherheitsbehörden. Es ging um die Verwendung der eingesetzten Software und die Sicherheit dieser Software. Also können die Trojaner genau das, für das sie eingesetzt werden sollen, oder gehen die Maßnahmen über den Einsatzzweck hinaus. Können die Trojaner weiterverbreitet werden? Können dann durch das Ausnutzen der Sicherheitslücken auch Computer von unbeteiligten Menschen infiziert werden? Als Negativbeispiel wird immer wieder der WannaCry-Virus genannt, der 230.000 Computer in 150 Ländern infiziert hat und ganze Firmen lahmgelegt hat. Diese Lücke im System war damals dem US-Auslandsgeheimdienst bekannt. Er nutzte sie mehrere Jahre für seine Zwecke, ohne Microsoft über die Sicherheitslücke zu informieren. Herr Kollege, die Redezeit ist nicht. Kommen Sie sofort zum Ende, Herr Präsident. Eine Debatte, die nicht zu Unrecht geführt wird. Das Thema wird uns also auch in der Anhörung des Hessischen Landtags sehr beschäftigen. Wir werden im Rahmen der Anhörung Sachverständige und Experten zu den in Rede stehenden Sachverhalten sehr intensiv anhören. Wir werden das auswerten, und dann werden wir in den fachlichen Dialog mit unseren Freundinnen und Freunden treten. So sieht das aus, und da braucht man gar nicht aufgeregt zu sein. Herzlichen Dank. Applaus Glockenzeichen Glockenzeichen